So, hallo und willkommen wieder zurück hier bei Amy. Ebenfalls nach einer ewig langen Pause geht es nun weiter. Mal schauen, wo wir da sind. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Verschlossen, okay. Da Amy. Oh, die Minen. Hey, Moment. Moment, von da kommen wir ja. Connecte dich zu dem Terminal. Wir müssen da mal hinein finden. Genau, wir müssen da mal hinein. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Alter, ist schon sehr lang her. Ich habe gerade eben geschaut. Letzte Aufnahme war am 6.4. Also das ist doch schon ein bisschen sehr lang her. Amy, du bist so eine brauche Frau. Carol, wir kommen hier raus. Was hier sind wir? Dann haben wir noch ziemlich viel Scheiße vor uns. Aha. Warum ist die Scheibe schon kaputt? Der Penner ist nicht da. Amy, komm her. So, und jetzt wieder schön langsam. Nicht drüber steigen. Sie läuft voll drüber. Ist aber gut zu wissen, dass das wurscht ist. Beziehungsweise haben wir nicht alles gehabt hier. Ich meine, schau mal nochmal da war. Ja. Fast. Ich konnte uns gerade eben umsehen, aber wirklich gebraucht hat es nix. Hm. Fahre jetzt doch mal wieder reinfinden, ne? Boah. Das war knapp, würde ich sagen. Ah, Sagen. Alter. Oh. Boah. Herzinfarkt for life. Was haben wir hier? Tür ist verschlossen, okay. Amy. Sehr gut. Na komm her, Mädchen. Oh. Komm erst mal klar auf den Schock. Achso, warte. Wir haben ja fast. Ah, scheiße. Ich weiß schon wieder. Glaube ich. Müssen wir alles wieder zurück. Wir waren schon richtig ganz am Anfang. Wieder langsam durch. So ein debatter Stromschlag, ne? Boah. Wir gehen gerade die... Boah. So. Langsam hindurch. Einmal müssen wir noch. Zu schnell. Boah. Boah. So. So, Amy, hecke dich da rein wieder. Es ist Zeit, um etwas Spaß zu haben, Amy. Lass uns sehen, ob du dieses Riedel solch lösen kannst. So, wieder ein bisschen geübt. Vier Gangriff, Kreis ausweichen. Oh. Jetzt wieder schön langsam. Kommt doch gleich der Penner, ne? Genau. So, er straßt jetzt wieder zurück. So, und wir wollten das letzte Mal hier hoch. Ups, Amy. Aber ohne Amy eigentlich, ne? So, du gehst da mal rein, Mädchen. So, rein. Und wo geht's da hoch? Da geht's hoch. Das ist nämlich das letzte Mal krepiert, ne? So, Amy ist da links. Hier müsste sie sein. So, Mädchen. Werden das nochmal. Genau, bleibt da stehen. Komm, 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 komm. Guck. Huh. Geht wieder. So, wie kommen wir jetzt da unten zu dem? Alter. Das war ihr Ernst? Boah. Nein. Genau, warte hier. Ja, wenn ich auf die falsche Tasse drücke, dann ist das doof, ne? mit down ist das doof, ne? Na, hol's dir halt. Oh. Nicht warten. Gut, zwei Spritzen haben wir noch. Das ist gut. Ja. Steuerung. Nö. Gut, pass auf, dann lassen wir das nicht mal drehen. So, jetzt schauen wir mal so. Nehmen wir drück's Knopferl. Ja. Ich hoffe, das ist unser bester Freund nicht wieder. Jawohl, wir haben den Ausweis. Nehmen wir drück den Knopf. Jawohl. Sieht doch jetzt verdammt gut aus, ne? Zurzeit. Die Blödsinn, du musst jetzt erst wieder hinein. So. Warte hier. Ich hoffe, dass jetzt nichts kommt. Ich laufe jetzt gerade eben durch. Alter! Boah! Diese Heimblendung! Alter, das hätte von allen guten Geistern verlassen. Bist du deppert? Boah! Mit Pumpen! Hast du das? So, der ist wieder nach hinten gelaufen. Was ist jetzt da drin? Ich weiß. Eben ist man will nicht allzu lange allein lassen. Was ist da? Ja. Eben wie cool bleiben. Nichts? Was macht denn der da? Scheiß, du stehst da draußen. Ne, oder? Wie wirkt sich der? Halt mal schön brav Wache. Halt mal schön brav Wache. Hat geklappt. Jawohl! Nehmen wir wieder Herzklopfen. Oh! So. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Das werden wir erfahren, allerdings erst in der nächsten Folge von EMI. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.